Zu G7 will ich nur sagen, dass ich es ausdrücklich begrüße, dass sich die Staats- und Regierungschefs treffen. Ich halte ein solches Treffen für ausgesprochen sinnvoll. Ich glaube, der politische Preis wäre um einiges bedeutender höher als der monetäre, ein solches Treffen auszurichten. Ein bisschen verwundert bin ich über das Klischee, das bei der Inszenierung dieses Treffens, das Klischee, das von Deutschland hier gezeichnet wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da doch ein bisschen zu viel Disneyland und ein bisschen Deutschland, wie es wirklich ist, präsentiert wird. Das ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz verblieben bei den Bildern, die ich heute und gestern gesehen habe. An das ein oder andere Asterix-Comic-Buch zu denken. Aber unabhängig davon geht es ja am Ende um die Sache. Und nochmal, da will ich betonen, dass ich ein Treffen als solches außerordentlich begrüße.